Hans, du bist schön! Du musst ja heute jeden Monat neu telefonieren lernen, weil immer wieder ein neues Telefon kommt. Bei den Orangenen, das war ja auch ein Angebot, bei den Orangenen habe ich mir gedacht, nein, das nehme ich nicht, das gefällt uns in 20 Jahren. Wehlscheibe ist auch so ein Wort, das stirbt aus. Sagt man dem jungen Menschen Wehlscheibe. Oder sagt man dem jungen Menschen, leg mal einen Hörer auf die Gabel. Was hier noch so eingefallen ist für Heiligabend, Brot, Kartoffeln, Gemüse, Toilettenpapier. Weihnachten ohne Toilettenpapier. Jetzt ist die Besinnung aber vorbei. Ich weiß nicht, ob es jemand auch gesehen hat, wie wenig wahr sagt, früher gab es doch dieses Geschäft, das hieß erst kalbes, dann hieß es Plus, dann hieß es Minus, dann macht man nicht mehr da. Und in dem Geschäft, da gab es ein Jahr Weihnachten, wirklich wahr, da gab es Toilettenpapier, da stand drauf, mit Spekulatius-Duft. Komm, habt ihr das hier noch mal gesehen? Ja, ich habe es gekauft. In dem Jahr hat Paul die Karne Plätzchen gegessen. Ja, ich habe es geschafft. P 납la. Ja, ich habe es geschafft.